Hallo und herzlich Willkommen zu Currys Puff vielleicht, mit jedem Sprachkurs in Französisch. Willkommen jetzt an der neuen Folge. Geht sogar ohne Zähne. Was machst du denn? Alter, was machst du denn da, Leno? Kannst du mal die Knüppeln beim Patrick aus dem Unternehmen, Mann? Ich wollte runterschipsen, aber es gibt ja noch keine Sprache. Ich habe es ganz genau gesehen, Leno. Ich habe es ganz genau gesehen. Dennis, ich wollte auch mit dir sprechen. Gut, dass Dennis hier ist. Was ist jetzt, Dennis? Dennis, kommst du mal bitte kurz mit? Ah, guck mal, das Bild. Das ist ja schön. Komm mit. Komm ins Baumhaus. Wenn ich jetzt so bin, hat Kevin Durrissen mich umgebracht. Ja, das heißt aber nicht, dass ich Traitor bin, glaub mal. Kevin Durrissen, hier ist jetzt gerissen. Kevin Durrissen hat schlecht geschissen. Komm mal mit mir. Alter, was habe ich hier für eine Schrottwaffe? Der Curry, der entführt mich. Ja. Schieß auf mich. Muss man sich in dieser Karte ernsthaft mit einer Mac zufriedengeben oder was? Nee, Quatsch. Echt das geil. McDonalds. Jetzt sitzt aber auch wie ein Currys... You have ne Hausierung. Fransen Wähler. Er hat lange gearbeitet dafür. Ja, hart. Von Kuhnwurst. Der arme Curry, jetzt reicht's. Kevin Durrissen. Ey, geil. Ich hab den Kevin im Keller erwischt mit. Wir sind die. Wir sind die auch. Ey, ey, ey. Ich hab den Kevin im Keller erwischt mit. Die ist gut. Mach ordentlich an. Kevin was ein Traitor. Hätte ich nie von dir erwartet, Curry. Mit? Mit Dennis? Oh, da macht er hier Spielchen und die Tür geht auf und zu. Und das ist der Major? Okay. Das ist ein Terrorspielchen. Psycho. Ach cool, mit der kann man auch anvisieren. Die ist wahrscheinlich eine der besten Waffen, oder? Ja, ne. Also die verziert hier mega. Ja? Ja. Ah. Okay. Hallo. Patz. Warum bist du verletzt, Leno? Weil ich den Kevin erwischt habe mit Dennis. Ich bin absolutlich unschuldig. Oh, wer hat das Licht ausgemacht? Achso. Okay, Leno. Das kann aber jeder machen. Ja, das stimmt. Okay. Curry hat Dennis getötet und du hast deinen Curry getötet. Ich hab Angst. Vertraue euch gar nicht. Ich geh raus. Hä? Ich bin ja wohl der provenste Prover aller Provens. Natürlich, klar. Ach, guck mal, den kenn ich. Benja, hallo. Hallo. Was macht die Temperatur bei dir so? Ich hab Angst. Hier, ist warm. Läuft's bei dir? Schau mal meine Waffe hier rein. Achso, ist zu. Da ist ja auch ein Glas drüben, boah. Verschwär mich jetzt hier ein. Geht nicht. Schmeiß dich mal rein. Moment. Hä? Ne. Es hat geklappt. 99. Wannst du warum so ruhig? Reagiere im Dunkeln. Malle, bist du noch da? Ich dachte du wärst tot. Tatsächlich nicht, ich hab mich eingesperrt. Hilfe, ich werde verfolgt vom Mädchen. Ich hab Angst vor dem Donner. Ja? Eingesperrt oder Bronzebärt? Okay. Eingesperrt. Warte mal. Curry und Dennis wurden umgebracht von wem? Lenno. Curry. Und ich hab Curry umgebracht. Okay. Und Taros ist Spectator. Und Curry ist confirmed als Traitor. Okay. Ja, super. Ja, kommt in die große Halle. Wir machen den, wir machen den Run-Over. Slowdown. Ja, los. Lenno. Wer lernt denn wen um? Geh weg. Alter, das ist gewittert. Ich hab Angst. Ich habe ziemlich Angst vor Gewitter. Das ist echt gruselig hier, Mann, ey. Scheiß mir doch in den Ohr. Wer war das denn? Major hat geschossen, oder? Nein, Mann. Major war das. 100 O. Was hast du denn für eine Waffe in der Hand? Ich hab eine Shotgun. Ach, die Duke-Box ist einfach nicht wieder hoch. Warum liegt hier C4 auf einmal im Dings? Warum liegt hier Stroh? Alter, warum liegt hier C4? Ja, wer war das von euch, ne? Erstmal aktiviert. Ähm, kann man das irgendwie entarmen, sozusagen? Ah, ah, ah. Äh, Saratzer sind immer auf. Alter, Walle, Walle, du hast das C4 nicht aktiviert. Ja, ich weiß. Ich wusste nicht, wie das geht, weil ich zum ersten Mal C4 überhaupt gelegt hab. Genius. Ich dachte, ich kann das anschießen, weißt du? Das war mein Trick eigentlich. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's disahnt, Alter. Und es hat nicht geklappt. Du kannst es nicht anschießen. Das ist eigentlich sinnlos. Bleib mal stehen, Lenno. Bleib mal stehen, Patrick. Alter, ich hab den richtigen Draht durchgeschnitten. Ich hab's geschafft. Das ist zu disahmen, Alter. Ey, das ist ja voll blöde. Ich dachte, man könnte das auch aus der Entarnung mit einer Wand in die Luft tragen, weil das wäre perfekt gewesen, weißt du? Ja, wie auffällig und wie auffällig Saratzer ist, so weißt du? Sagt einer, irgendeiner hat geschossen, der schiebt's sofort auf mich, so. Ich finde immer geil, wenn der Bronzo das in der letzten Folge... Ja, weil der vorher doch gesagt hat, Major, der Major war das. Wenn der letzte Folge ist, dass er unterstützt und ermauert, weißt du? Ja, ja, genau. Weißt du, der Traitor springt natürlich direkt so ein. Ja, der war das, ja, der war das. Der war das so nach oben. Der Bronzo, ne? Der sagt immer. Wenn der Traitor ist, sagt der immer... Wie war das mit Chiquita? Wie war das mit Chiquita? Wie war das mit Chiquita? Stimmt. Oh, hier fallen die Kronleuchter. Oh, ja. Dennis, 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 Dennis. Ja, Saratzer, du Idiot, willst du mich verarschen? Du hast gerade den Kronleuchter runtergefallen. Dennis, du bist 100% pro. Alter, du hast gerade den Kron... Ey, wer schießt denn die ganze Zeit hier? 100%iger Dennis. Leute, beruhigt euch mal. Hör mal zu, kurz. Hör mal kurz zu. Der Saratzer hat gerade den Kronleuchter runtergefallen. Alter, Junge, ich hab's doch gesehen. Ja klar, ich stand hier unten, du Arsch. Du bist da oben. Leno, du hast's doch gesehen. Wie der lügt einfach so klein. Ist das dein Ernst? Siehst du alles? Nein! Leno, 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 Leno! Nein! Leute, was ist hier los, Mann? Der ist so der Broder Traitor. Ich untersuche den hier. Die armen Leute, die das hier bauen. Ah! Werde geschossen. Wer schießt denn da? Alles eine große Lüge. Alter, wer ist da oben? Taros, Mann. Du rechst da oben. Du rechst da oben. Voll am Ausrasten. Aros ist tot. Warum fliegt da ne Badewanne? Ich habe heute Badetag, Badetag, Badetag. Ich habe heute Badetag. Alter, Dennis, Alter, bist du bekloppt oder was? Alter, Mann. Ich bin Detektiv, Alter. Ich habe heute Badetag, Badetag. Alter, ich bin's nicht, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Boah. Alter. Warte, mach mal die Tür zufrieden. Ich will mal was ausprobieren. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe... Es gibt einen Traitor. Warte, tu die Leiche von der... Tu die Leiche von der Tür weg. Wenn da gleich jemand reinkommt, dann bist du am Arsch. Was ist das denn? Was ist das denn? Guck mal, er zeigt, wie die Leute getötet wurden. Guck mal. Mach mal Play. Hä? Ach ja, ne, von wem er getötet wurde. Guck mal, ich stand hier. Wie geil ist das denn? Jo, Mann. Wie geil. Ey, die Tür ist los! Warte, 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 warte. Dennis lebt noch, der steht hier direkt im Raum. Ah! Alter, ich bin fast... Ich kann in meinen Kopf reingucken. Das war super. Pass auf, Leno ist es. Ja, Leno ist aber tot so weit, ich weiß. Hä? Nein! Hab Leno doch getötet, Mann. Ja, irgendeiner ist doch noch da draußen. Okay, dann war es doch nicht. Ich könnte dich jetzt so töten, Mensch. Also, ich hätte keine... Du hättest keine Chance. Ich höre C4! Ja! 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 Ich höre invoke! Ja! Aber die anderen haben hier nicht geglaubt, das ist krass. Ja die haben auch, die wissen ja beim Imperator davon nichts falsch gesagt. Na gut, wir haben jetzt auch total durcheinander gesprochen gerade. Ja das ist echt wieder katastrophal. Was ist gerade jemand gestorben? Was tust du denn? Keiner wird verschoben. Da hat jemand gesungen. Ich finde das immer so geil, die Musik die ganze Zeit wieder so läuft. Voll die ernste Situation. Kann man eigentlich auch hier rausgehen? Nee. Ich finde keine Schrotfinte. Ich auch nicht. Das kann nicht sein. Welcher hat ein Messer in der Hand? Nein, Mann. Du bist keine Prinzessin, Mann. Du bist keine Prinzessin. Du bist keine Prinzessin. Wer ist das hier? Alter, ich sehe nichts so dunkel. Ja das ist echt viel zu dunkel. Bronze? Ok, Bronze ist tot. Das ist einfach Major. Lol. Ähm, da hat jemand den Crew neustell gerade runtergeworfen. Gesundheit. Gesundheit. Also, Major ist quasi ein Freekill. Ne. Ich gehe gar nicht mehr durch, das sind viel zu viele Leute. Der Major ist unten im Keller. Hier ist die vier. Unten ist die vier. Wo genau? Neben dem großen Saal. Ja super, da bin ich ja. So, leider. Ich bin Proven. Nein. Diddititititititit. Dabei geht's mit Funktion Ansgarbie aber schon. Mann, roll. Neul. Alter, was denn los hier? Okay, überliegen Tote. Sagt mal, wir leben jetzt noch. We fucking fly. Oh, Patrick, das bin ich mein. Sorry, sorry, sorry. Geh weg. Geh, bleib, bleib. Nein. Ey, bist du doof? Ah. Oh mein Gott. Alter, souverän. Ja, das ist doof, wir konnten nicht weg, ne, weil der Sascha, oder wer auch immer da stand, ey. Ey, ich werde euch umbringen jetzt, egal ob ihr in der Zwischenzeit seid, ich hab meine Leiche geschändelt. Ach so, das sagst du? Ich hab meine Leiche geschändelt. Das hör mir zu. Ich werde euch jetzt töten, ey. Kacke, ey, wir haben uns selbst in die Falle gestellt. Ja, ja, echt, ja, das habt ihr auch verdient. Aber Sarazas Leiche war schon, war schon begierig. Ja, echt? Ja. Erst Hunde, dann Leichen, was ist los mit dir? Ah, komm, ja. Ich hab das alles vom Master Curry gelernt, die alte Nutte. Nax, Nax, Alter, die will ich. Nax, Nax, derjenige, derjenige, der Detektiv ist, dann... Nax. Nax. Visualizer, ja? Ja. Wenn einer sterben sollte, kann man halt... Ich bin aktiv. Darf ich einfach was? Lass mal den Mager gerade ausreden, bitte. Ja, den Visualizer hatte ich auch schon mal ausprobiert. Da bin ich den irgendwie... Warte, ich werde mir das mal rausfinden. Ja, da kannst du halt rausfinden, wer ihn getötet hat. Genau. Das ist sehr hilfreich. Extrem geil, ja. Das, was du vorhin auch schon benutzt hattest, ne? Ja, genau. Das wollte ich schon mal. Was ist damit vor, Leno? Ja, der hat vielleicht auch nicht Sarka. Achso, achso. Oh, Radio. Warum schießt du? Du, 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 du. Schießt auf mich. Oh, Sarka! Was? Wer macht dir das Licht aus? Sarka? Das war ich. Sarka? Sarka? Sarka. Oh, Alter. Hört auf. Nur weil er nicht aufnimmt, sagt er, man kann meinen Namen nicht sehen. Das ist ein Spasschen. Alter, Alter, Alter. Warte, ich habe auf die Decke gesch... Warte, warte, wir confirm ihn. Alter, er ist... Alter. Hä? Ja, aber jetzt sind vier, Alter. Ich habe die genau unter dem Ding platziert. Du konntest meinen Namen nicht sehen? Curry, du warst Traitor, ne? Ja, aber deswegen konntest du meinen Namen. Das war aber nicht der Grund, warum du meinen Namen... Hä? Wenn du dir einen Geist kaufst, Disguiser oder so, dann kann man keinen Namen lesen für eine bestimmte Zeit. Hä, mein Geist? Ja. Ich habe mir gar nichts gekauft, das ist es ja. Deswegen konnte ich den Patrick eben nicht sehen. Ey, der Server ist weg. Der Server ist weg. Ach, ne, was ist los? Es ist einfach nur vorbei. Die Runde ist vorbei, Freunde. Ach, die Runde ist vorbei und der Server ist abgestürzt. Trotzdem abgestürzt. What's happening? Ja, ich glaube, das war dann mal eine kürzere Folge von TTT. Ja, die anderen bin ich auch. Ich glaube, aber wir haben viel gelacht. Aber die andere waren ja auch ein bisschen länger, ne? Ja, die anderen waren ziemlich viel länger sogar. Also, da kann sich doch keiner beschweren. Man kannste darüber reden und Ideen sammeln und ich weiß nicht. Und die Hauptsache ist, wir haben Spaß, wir haben viel gelacht. Hören Sie mal. Bitte die Leute, die die Regeln oder hier das Spiel super ernst nehmen, die sind ja völlig falsch, weil es geht um Spaß, ne? Also von Spanaren, ey. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, hoffentlich. Tschüss. 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 Und Saraz hat schöne Haare und wie seid alle schön außer Köln. Ciao. Ich weiß nicht, wer ihr seid, denn es lebt bei Fressnap. Arm reif aus Headform. Tschüss. Mini Forex. Haar reif. Hä? Ja. W. Dleihau. Bakscha Cek. Bis zum nächsten Mal.